Hartz aus Leidenschaft trifft Christina. Ich freue mich hier mal ganz klar Christina besuchen. Und wenn du da stehst, dann gibt es schon... Besuch den Hartz-Stand hier. Das wird ein Chaos-Video. Ja. So, Christina, ich bin jetzt mal weg. Liebe Freunde des Hartzes, kommt uns besuchen hier auf... Spaß bei der Messe. Nächstes Jahr bin ich dabei. Aber das ist so ein Schlossgarten, oder? Ich bin in Hannover, ABF. Ich bin drauf, aber egal. Ich gebe die Kamera. Und auch nicht so schwenken kann ich nicht. Den kann ich nicht schneiden. Wir waren jetzt mal auf der Leidenschaft. Ich bin ein Low-Time-Driveler. Ich bin ein Low-Time-Driveler.